Ich habe den Eindruck, auf meine Anwesenheit kommt Ihnen etwas ungelegen, Lieutenant. Sie sollen wissen, dass mir das wirklich sehr leid tut. Wie dem auch sei, ich möchte sagen, dass ich mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen freue. Wir werden sicher ein tolles Team. Gibt es hier irgendwo einen Schreibtisch für mich? Den da benutzt gerade keiner. Ich mag diese Art von Musik. Sie ist so energiegeladen. Du hörst Heavy Metal? Naja, ich höre Musik nicht im eigentlichen Sinne. Doch ich würde gern. Sie sind Detroit Gears Fan, nicht? Denton Carter hat gestern 53% der Würfe von der Dreierlinie versenkt. Haben Sie das gesehen? Das Spiel wollte ich mir gestern in der Bar ansehen. Oh. Kennen Sie Captain Fowler schon lange? Ja. Zu lange. Ich frage mich. Kommen Sie eigentlich immer um diese Zeit ins Büro? Ich komme, wenn ich komme. Jetzt hör auf zu nerven, okay? Sie haben einen Hund, ja? Woher weißt du das? Die Hundehaare an ihrem Stuhl. Ich mag Hunde. Wie heißt ihr Hund? Was geht's dich an? Sumo. Er heißt Sumo. Es gibt viele Leute, die sich nicht gern mit Androiden umgeben. Ich frage mich. Haben Sie einen konkreten Grund, warum Sie mich nicht mögen? Ja. Es gibt einen. Es gibt einen. Wenn es Dateien über Abweichler gibt, würde ich sie mir gerne ansehen. Da steht dein Computer. Ich wünsche dir viel Freude. Ich frage mich. Es gibt einen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das war die erste von vor neun Monaten. Alles begann in Detroit und breitete sich im ganzen Land aus. Ein AX-400 hat gestern Abend einen Menschen angegriffen. Das könnte ein guter Ansatz für unsere Untersuchung sein. Ich weiß, diese Untersuchung kommt ungelegen, Lieutenant. Aber Sie regeln das sicher professionell. Warum verpissst du dich nicht einfach? Mein Auftrag ist diese Mission, Lieutenant. Ich werde nicht darauf warten, bis Sie wieder Lust haben zu arbeiten. Pass auf, Arschloch. Wenn es nach mir ginge, würde ich euch alle auf den Müll werfen und ein Feuer machen. Also nervt mich bloß nicht. Oder ich vergesse mich noch. Lieutenant, äh, tut mir leid, wenn ich störe. Ich habe Neuigkeiten über den AX-400, der diesen Kerl angegriffen hat. Er ist wohl im Ravendale-Distrikt. Bin dran. Bin dran.